Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Willkommen zu diesem Spiel. Barcelona gegen Real, wie immer, wie in der Liga 1. Seasons-Modus mit Real Madrid unterwegs. Doch, es ist doch nicht zu fassen. Oh, oh, oh. Was der denn noch hält? Was mache ich denn da? Gott sei Dank, Kassias. Und damit ist das Ding, das soll wieder weg. Boah, wieder saugefährlich. Momentan macht er ja das Spiel und ich gucke zu. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Genau aus solchen Gründen will ich das nicht. Den wird er machen. Den macht er nicht. Oh, wie viel Dusel. Kassias, verpiss die mir ins Tor. Komm, Kassias. Alles gut. Komm, Ronaldo. Ronaldo, komm, komm, komm. Oh, endlich mal eine gescheite Chance für mich. Der allererste. Zumindest der allererste Schuss. Und auch der allererste Schuss das Tor. Und aber schon Nummer 2. Komm, komm, komm. Das ist ja unfassbar. Schön gespielt. Der war gut, schön gespielt. Der war schön gespielt. Isco, komm schon. Enttäusch mich nicht, Junge. Erdmeter. Den nehm ich gerne mit. Ich entscheide mich da, den noch im letzten Spiel. Er hat ihn. Scheiße. Kaval. Oh. Guter Schuss. Der Kopfball war einfach vorbei. Das war ein Fehler, mein Freund. Das war ein Fehler. Das war genau da. Bisschen die Seite verlagern. Gut gespielt. Und wieder gut gespielt. Bale. Oh. Gute Chance. Und nochmal. Und Eckball. Jo. Eckball für Nix. Händeschön. Marcelo. Komm. Bale. Yes. Dankeschön. Glück gehabt. Und trotzdem. Super. Das ist nämlich super wichtig für mich. Komm. Bale. Oh. Gute Chance. Komm. Bale. Jetzt. Deine Chance. Oh. Das Ding ist schon wieder. Nun hallo. Und ich glaube, er wird aufgeben. Ja. Er gibt auf. Er hat in der zweiten Zeit nicht einen einzigen Schuss mehr. Das ist ja mal geil. So. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Mehr dazu gibt es nicht zu sagen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.